In diesem Video betrachten wir abschließend noch die letzte Methode zur Grenzwertberechnung von Funktionen, die Exponential-Logarithmus-Methode. Hierbei handelt es sich ehrlich gesagt eher um einen Trick, wie man den Grenzwert von Funktionen mit einer Variabel im Exponenten berechnen kann. Betrachten wir zuerst die Idee der Methode. Die Methode ist für Funktionen einer ganz bestimmten Form gedacht und zwar von der Form f von x gleich g von x hoch h von x. f von x hat also eine Dependenz von x in dem Exponenten und wenn wir den Limes von f von x ziehen möchten, ist das mit den bisherigen Methoden nicht wirklich möglich. Was wir jetzt hier ausnutzen ist die Stetigkeit der Exponentialfunktion und eine kleine Umformung, um den Limes in den Exponenten zu bringen und einen ganz einfachen oder jedenfalls typischen Grenzwert berechnen zu können. Die Umformung ist dabei von der folgenden Form. Wir haben g von x hoch h von x und wir erweitern das jetzt, indem wir den Exponenten und den Logarithmus davon ziehen. Das löse ich ja gegenseitig auf, aber das ist ein guter Trick, weil wir können dann die Logarithmusrechenregeln verwenden, um das in folgender Form zu schreiben. Wir können das h von x als Multiplikation davor nehmen und können das Ganze so hinschreiben und den Limes dann schlussendlich in den Exponenten hineinziehen und dann damit rechnen. Der häufigste Fehler, der bei dieser Methode geschieht, ist, dass die Studenten den Limes innerhalb des Exponenten richtig berechnen, aber dann vergessen, nochmals in die Exponentialfunktion einzusetzen. Betrachten wir gleich ein paar Beispiele. Zuerst ein Beispiel von der Form 1 hoch unendlich. Das wäre der Limes x gegen 0 von der positiven Achse aus von Wurzel x² plus 1 hoch 1 durch Sinus x, äh Sinus Quadrat x. Und wenn wir jetzt hier einfach x gegen 0 einsetzen, dann ist das eben von der Form 1 hoch unendlich. Wir formen das also um, wie wir es auf der vorhergehenden Folie gesehen haben. Das wäre also dasselbe wie der Limes x gegen 0 von der positiven Achse aus von der Exponentialfunktion von 1 durch Sinus Quadrat x mal Logarithmus von x² plus 1. Und jetzt nutzen wir die genannte Stetigkeit von der Exponentialfunktion aus und können das Ganze so schreiben als die Exponentialfunktion vom Limes x gegen 0 vom Logarithmus Wurzel x² plus 1 durch Sinus Quadrat von x. Und diesen Grenzwert können wir jetzt separat berechnen mit den alten Rechenregeln. Wir können zum Beispiel Opital anwenden aus dem letzten Video. Oben und unten ableiten und dann erhalten wir überhaupt des Bruchstriches 1 durch Wurzel x² plus 1 mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung von Wurzel x² plus 1 wäre gerade 1 halb mal 1 durch Wurzel x² plus 1 und dann davon die innere Ableitung 2x. Und unter dem Bruchstrich Sinus Quadrat x abgeleitet gibt es 2 mal Sinus x mal die innere Ableitung Kosinus x. Wenn wir das neu schreiben, dann ergibt das oberhalb des Bruchstriches gerade x durch x² plus 1 durch 2 Sinus x Kosinus x. Das hätte jetzt immer noch die Form 0 durch 0, aber auch hier formen wir zuerst geschickt um, bevor wir nochmals L'Hôpital anwenden würden. Und dann können wir das in folgender Form schreiben. 1 halb mal x durch Sinus x mal 1 durch 1 plus x² Kosinus x. Und wir sehen, jeder einzelne Grenzwert der Produkte existiert. Deswegen können wir unsere Limes-Rechenregeln anwenden und den Limes einzeln ziehen. Wir wissen, Limes x gegen 0 von x durch Sinus x gibt 1, Limes x gegen 0 von 1 halb gibt 1 halb und vom rechten Term gibt ebenfalls 1. Das heißt, unser Limes ist 1 halb und jetzt nicht Kurzschlussreaktionen sagen, dass das die Lösung ist, sondern die Lösung von unserem Limes x gegen 0 von Wurzel x² plus 1 hoch 1 durch Sinus x ist dementsprechend e hoch 1 halb.